Der Erfolg aus der Gruppenphase ist jetzt vorbei. Wir sind stolz darauf, aber das bedeutet nichts mehr. Jetzt geht es in die K.O.-Phase und das muss man jetzt verinnerlichen. Jetzt heißt es Do or Die. Nun musst du es beweisen. Das ist das, wofür du so lange und hart gearbeitet hast. Wir sind total auf dieses Spiel gegen Belgien fokussiert und nach diesem Spiel kommt das nächste. Ist es machbar? Natürlich. Jeder muss seine 100% abrufen für das ganze Team. Ich glaube, dass keiner bisher seine 100% erreicht hat. Bis jetzt. Eines Tages wollen wir zu den Top 10 Mannschaften der Welt zählen. Wenn du da eines Tages sein möchtest, ist das jetzt die Chance, es zu beweisen, es allen zu zeigen. Ich habe den Spielern gesagt, dass es jetzt die Zeit ist, einen Schritt weiter nach oben zu kommen. Vor allem die Spieler um die 30 Jahre. Für sie könnte es jetzt die letzte Gelegenheit bei einer WM sein. Das ist Fakt. Wäre ich in dem Alter, würde ich an meine Grenzen gehen. Jetzt ist die Chance dazu. Ich muss mir sagen, das ist es jetzt.